Lass mich mal schnell nachladen, so, dann lock ich den mal kurz an, die eigentlich mehr, so wirst du mich nicht treffen, so und jetzt, mich im Spiel, Glück in der Liebe, nein, ah, Ah, hab ich, ich hab nicht gespeichert, als die, ihr habt Zeit, Problem ist nur einfach, Dieser Scheiß-Tank ist so overpowered, ich habe keine anderen Worte für ihn, Ich probier mal was, so, hab ich ihn kaputt gemacht? Oh ja, mein... Ne, ich will die Leben haben. Er schießt mich auf! Okay, er trifft... Moment, der letzte war ein Kill. Das war so eben wie Western-Style, so von wegen Feuer... Das war's! Nein! Er lebt noch! Also Leben vor allem. Leben ist genau das richtige Wort für einen Panzer. Ich speichere mal. Hier hinter ist nichts. Dann müssen wir wahrscheinlich da hoch. Ich bin total paranoid geworden, aber es gibt ja kein Meinungsherr. Ich hab Angst... Ich wollte euch nicht stören, aber wenn es euch gefällt... Was sind das hier für Papierstapel? Ach, das ist die kaputte Tür, die nach draußen führt. Ah, okay. Ah, speichern wir mal. Hm? Hallo! Hallo! Ja... Ja... Also ich werde sowieso bis zum Schluss überleben, deine Feier. Nur weil du nicht speichern kannst. Ach, schau an... Schau einer an, was wir da haben. Hör, da ist mir eben gerade die Aufnahmen abgestürzt. Also nicht abgestürzt, sondern ich bin back to desktop, weil ich habe aus dem Sinne die Windows-Taste gedrückt, wa? Ja... Probieren wir mal den hier. Keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Ich glaube nicht. Oder? Oh doch. Hö. Ja, die Geräusche eben waren leicht verstörend. Ich hab gerade gedacht, was war das? Und jetzt speichern wir hier. Ist ja jetzt weg da drüben, der Kerl. Oh, ey, Max. Also was heißt Max? Ich bin ja nicht schuld. Das Problem ist das scheiß Spiel. Der hat eben gerade so reagiert, als ob der Steinboden hier, der Beton aus Eis bestehen würde. Das... Wir wissen ja alle, dass er nicht aus Eis besteht, ne? Also ich weiß es. Ich hab irgendeinen Viech. Ich speichere mal sicherheitshalber, man weiß ja nie. Kann der nicht die Leiter hoch? Achso, ja, gut. Das Rest würde er auch nicht schaffen. Dann bin ich also doch wieder auf mich alleine gestellt. Warum so viele? Target! Tot! Lass erstmal nachladen, den guten Golden. War's das? Ich hoffe. Ach toll. Kann man diese Schräge hochlaufen? Jetzt wär's eh zu spät. Das war egal. Wow! Hast du mich erschreckt, Digga? Du bist doch mein Kumpel. Warum erschreckst du mich dann? Hm. Was? Ich hab mir nicht zugehört. Hast du was Spannendes erzählt? Wie viel Morphium der schon bekommen hat, ey? Guck mich nicht so an. Ich kann nichts dafür, dass ich Gordon bin. Ich wär... Wär auch viel lieber jemand wie du, der darauf wartet, gerettet zu werden. So, zack. Tja, du hängst jetzt da unten rum. Oh, ich hasse Freisfeld. Oh, ich hasse Freisfeld. Warum? Warum? Ich hasse es. Das war mir auch irgendwie klar. Ich hasse es. Alter, was ist denn das für ein Oschi? Ja, ich bin hier unten. Ich werde dafür sorgen, dass du abstürzt. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Ja. Hauptsache, die Filie sind hässlich. Ich hab nicht mal ne Ahnung, was die Teile machen. Also nicht, was ich mal, sondern was die machen. Außer, dass es ne Menge Schade macht, ehrlich gesagt. Ich geh mal hier runter. Weil, ah. Siehste mal. Na, Kumpel. Boah. Ich hab's gesehen. Die kämpfen mit allen Tricks. Lass. Oh, ich hab ge- Warum muss ich mich nicht nachladen? Warum muss ich wieder- Oh, warum hab ich nicht gespeichert? Max, warum? Boah. Hab dich gar nicht kommen sehen, Digga. Plan, als ob's explodiert wär. Keine Ahnung warum. Oha. Darf ich das verwenden? Oh, das ist ja cool. Aber man kann sich in der Höhe verstellen. Das stört ein bisschen. Hm. Ah ja. Okay. Ja, auf. Lass gehen. Ui. Das ist natürlich ja wundervoll. Auf sowas hab ich gewartet. Dann mach aber auch mal. Höh. So. F6. Mein Kumpel ist leider gestorben. Glaube ich. Ja, leider. Gott hab ihn selig. Aber jetzt rennen wir mal in das geöffnete Tor von eben. In der Hoffnung, dass es einen Sinn hat. Oh, ein Map-Change. Jetzt dürfen keine mehr kommen. Von denen zumindest. F6. Warum so viele? Und warum seid ihr alle so hässlich? Alter. Alter. Es gibt doch echt Dinge, die müssen nicht sein, oder? Ihr zählt alle dazu. Ihr seid alle Dinge, die nicht sein müssen. Auch wenn ich euch in Half-Life 2 so mag, in Half-Life 1 fuckt ihr nur ab. Ihr Penner! Nein! Ihr seid so overpowered. Ich hab keine Ahnung, es sind so viele einfach. Hallo, hör auf zu piepen, ich will weitermachen. Bei der Baby-Tool? Ähm. Ja, schön macht ihr das. Das ist die einfach zu stark. Und die zielen genau.